Die Sonne kam und ging, es regnete mit ein paar Schneeflocken zwischendurch, dann war es wieder trocken, dann kamen dunkle Wolken, dann gingen sie wieder. Ja, und so ein Wetter erzeugt natürlich eine gewisse Stimmung. Und für mich war es klar, heute fotografiere ich auf dem Friedhof. Bevor ich euch die Bilder zeige, möchte ich ganz kurz zuerst auf den technischen, dann auf den sinnlichen Aspekt angehen. Ich habe alle Fotos mit der Fujifilm X-H2 und mit meiner Schwarz-Weiß-Filmsimulation gemacht. Die Filmrecipe für die Fujifilm-Fotografen unter euch findet ihr in der Beschreibung. Alle Bilder habe ich dann in Lightroom auf Helligkeit und Kontrast leicht angepasst. Das eher Besondere an dieser Fotoserie ist die Optik, die ich dabei hatte. Es ist die Seven Artisans Vision 35mm Filmlinse mit der Anfangsblende 1,05. Die meisten Fotos habe ich mit der offenen Blende gemacht. Und ihr werdet sehen, die Optik ist nicht gerade die schärfste, aber ich finde, sie hat einen Charakter. Und der manuelle Fokus natürlich, dieser Optik bringt mich jetzt zu dem sinnlichen Aspekt. Das Fotografieren auf einem Friedhof ist für mich schon immer sehr angenehm und irgendwie faszinierend gewesen. Auch als ich schon 25, 30 Jahre alt war. Und die Optik, die ich jetzt letzte Woche dabei hatte, mit dem manuellen Fokus, trägt natürlich dazu bei, dass man eben zu mehr Entschleunigung kommt und sich mehr auf den Moment fokussiert. Ich denke, das Fotografieren auf einem Friedhof kann jedem unglaublich Gutes tun. Für mich ist es immer ein Versuch, die Schönheit und die einzigartige Atmosphäre eines Friedhofs einzufangen und Leben und Tod aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Nun will ich nicht über Leben und Tod philosophieren. Ich hoffe, ich kann euch mit den folgenden Bildern einen wertvollen Input geben. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Bildern ansehen.